Hey, wir haben ja hier ein paar Rapper drin, oder? Ja, wir haben ein paar Rapper drin. Ich hätte gedacht, es gibt noch eine Schreiber. Freestyle-Session. Come on, boy! Come on, boy! Come on, boy! Alli! Alli! Mach den Beat da. Beat! Mach den Oldschool-Beat. Oldschool-Beat? Ja. Nein, Bruder, mach keine Hand. Shiko 27! Ich bin oben! Bruder, er hat Haare! Was, was? Er hat wohl oben in den Haaren. Ja. Doch, so wie ein Haar. Du musst mir zuerst sagen, dann stimmen wir alle auf. Sag mir ein bisschen. Bist du gut? Du wirst mich gut. Also, warte, wir machen einen Kreis. Hallo! Alle aufstehen! Come on, man! Willst du jetzt mal hören? Alle aufstehen! Soll ich aufhören? Äh, ja. Warte, warte, warte. Doch, mach ich aufhören, ja. Ich will nicht, dass ich mich aufhören. Hey! Hey, wo! Chico 267! Hey! Hey! Chico! Hey! Yo! Okay! Mach den Beat! Chico 267! Hey! Help me! Hey! Da habe ich ein Rapp, muss ich mich nicht so an. Hier habe ich ein Rapp, mach ich mal zu. Ich bin ein Lager, 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 du bist ein Swiss, ich bin ein kleiner, ich habe die Schnurren. Wow! Wie? Ja! Check in Goldroom. Du bist da. Nee, 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 nee! Du sagst, Albert Röschte, oh mein Gott, ich bin da am Fahre. Ich bin die Bitch, jetzt am Storren, oh mein Gott, ich hab da eine Stange. Ich bin hier am Gär, oh mein Gott, ich bin, dass so fair. Ich geb' ein Geldhaus, ich hol' Geld rein, oh mein Gott. Ich bin ein Kleiner, ich bin ein Swag, ich mache Cash Oh my god, ja dein Sound ist so Trash! Albert Rösti, ich werde dich backen und ich gebe dir einen auf den Nacken! AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Schieb de bisch auf den Tanzen, auch für dich backen Nacht machte sich die Sonne Ewaaaaahhhhhhhhhh Den ich schick dir an de Stange, am Tanzen, gewicht sich meine Stange Und draußen, wie Isaac dreppel, pass ich deren Haken G-Man, G-Man, G-Man C登録ine. Give me my money. Kamerl von G-Man, G-Man. Hey Gusti. Ich muss sagen Make it is good, aber die G-Man hat gut. Hey, M-Community, sag mir was ihr gemacht. Oh, wow. Oh, what are you doing? Ich mach Business, mit den Sixpacks von G-Man. Ich mach Fitness! Aber jetzt f*** Erik Weber! Du bist ein Kleber! Oh mein Gott! Ich komm mit dem Kleber! Nein! Was willst du denn machen? Ich muss ein Atrappe! Ich komm mit dem Waffe! Erik Weber kommt mit dem Kleber! Macht sich ein Marmalade! Und f*** dich in Schubladen! Da ist Zeit! Halt! 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 Auf den Blick, die Frau in Hose ist! W, W! Okay, 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 okay! Daaaamn!